Musik Was habt ihr gemacht? Wir haben es kaputt gemacht! Hier ist noch ein Raum, oder? Ach ne, sind wir von da so weg gekommen. Da kommt Lava! Da kommt Lava runter, so. Vorsicht. Jetzt mal warten bis die Lava weg ist. Und Schleim kommt runter. Der ist auch lustig. Oh ja, der kommt runter. Ist der doof. Ups! Was macht der jetzt? Springt in die Lava, was sonst? Hehehehe So. Dann müssen wir uns mal hier hochbuddeln. Mann! Was rennst du eigentlich wieder vor? Du hast es richtig erkannt. Ich bin ein Mann. Ne, das glaube ich nicht. Du bist ein Vorrenner. Oh, ein Creeper. Oh, das hat bis hier hinten hingerumpst. Echt? Guck mal, ist einiges abgesackt. Am Meeresboden. Boah! Das ist ja ein geiler Bogen. Guck das mal an! Was, wo? Hier, der Schuss und Treffer. Wo ist der Wither? Jetzt muss er dran glauben. Was hast du denn für einen Bogen? Oh, hallo. Ich hab einen Bogen, der hat Stärke 5, Schlag 5, Flamme 5, Unendlichkeit 5. Was ist denn denn hier? Der war doch in der Truhe. Damit kann ich wahrscheinlich den Wither ganz schnell umbringen. Unendlichkeit 5. Ja, das ist egal. Unendlichkeit ist unendlich. Ja eben. Also dann gehen wir einfach mal hin und schießen zu dritt auf ihn drauf. Genau. So, und wenn das nicht funktioniert, dann machen wir den Trick, den Lila geträumt hat. Das heißt, wir bauen ihn ein. Ja, wenn das nicht funktioniert. Ich hab... Ja. Was denn? Ja. Das werden wir merken, ob es funktioniert. Was hast du denn geträumt? Ich hab einfach geträumt, dass man den einfach einbaut und dann versetzt man immer die Wände so ein bisschen mehr. Da ist er ja. Wo ist er? Nein. Irgendwo da unten ist er. Uhrzeit? 16 Uhr. Pause macht? Weiß ich nicht. Brauchen wir eine Pause? Ja, jetzt machen wir eine Cliffhanger-Pause. Okay. Eine Cliffhanger-Pause. Okay. Gehen wir runter oder gehen wir nicht runter? Gehen wir nochmal zu dem Wither runter oder... Da unten ist er. Ich seh ihn. Mann, der nervt ja ganz schön, ne? Jetzt ist er draußen. Zack. Ich bin zu blöd, den zu treffen. Ja. Lass ihn da stehen. Jetzt muss er weitermachen. Oh toll, jetzt stehst du noch davor. Wir kriegen den. Der ist dahinter. Das ist cool. Scheiße, jetzt ist er draußen. Ja, mach nicht. Seine Rüstung ist gleich runter. Wieso schießt der auf mich? Dann geh doch zur Seite. Muss ich auch. Muss man was essen. Treff den nicht. Ich töpfe den. Warum treff ich den nicht hier? Scheiße. Ich fahr jetzt. Muss ein bisschen rechts, glaub ich. Ja, ich muss was bauen, damit wir nicht runterfallen. Ich treff den auch nicht mehr. Nee, da hat er seine komische Rüstung. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich bin tot. Ich bin tot. Schaffst du das? Oder seid ihr alle tot? Ich bin auch tot. Ich bin schon wieder da. Wieso das denn? Ach. Weil der richtig böse rumgeschossen hat. Ja. Und jetzt ist er frei. Und ich bin noch ganz irgendwo... Ach man, der war so weit runter schon gekloppt. Der hätte mir ja fast geschafft. Wieso hat er da gestorben? Der ist ja nur auf mich gekommen. Nein, der hat deshalb gedreht und hat einen Feuerball auf mich drauf geschossen. Dummerweise hat er... Wo seid ihr denn? Ich laufe da jetzt wieder hin. Wir kommen. Ich seh euch nicht deswegen. Welche Richtung laufen wir denn? Norden ist ja. Was weiß ich, wo Norden ist? Oh, der ist noch unten. Warte. Der ist ja noch unten. Ähm. Ich muss ja wissen, wo Norden ist. Ich weiß nicht, wo Norden ist. Ich laufe links und rechts. Wieder. Ich bin hinter dir. Komm. Beide. Da ist er. Oh. Sehen nicht. Oh, da. Wie seid ihr so schnell da hinten hingekommen? Warte mal, warte mal. Hallo? Du? Ich stell das mal mein Bett hier auf, weil das geht ja nicht. War jetzt nicht gut. Oh. Wie viel Leben hat er noch? Da hat er immer noch ein Drittel. Drittel hat er. Achso. Also ich dachte schon, er wäre wieder voll. Der heilt sich ja auch. Er heilt sich langsam hoch. Ihr müsst raufschießen, sonst wird das nix. Der heilt sich sonst komplett hoch. Ich tu das doch. Ich weiß nicht, ob ich ihn treffe. Wir müssen uns... Der ist in Wasser. Nee, wenn er gelb leuchtet, kann man ihn nicht treffen. Kann man schon, aber dann... Scheiße. Ich muss mal weg. So. Hehe. Ja genau. Scheiße. Wir müssen... Was? Ist er jetzt? Ich bin auch gleich wieder drin. Soll man das denn schaffen, bitte? Wir müssen immer ein Wasserbecken haben in der Nähe. Ich glaube, wenn man rein... Wie soll das denn gehen? Ich glaube, wenn man rein... Wenn man da rein springt. Naja, wenn er frei ist, ist das natürlich doof, ne? Ich komme hier nicht aus dem Bett raus. Mist. Jetzt wird's gleich Nacht. Der heilt sich hoch. Ja, natürlich heilt er sich hoch. Das ist ein Wisse. Die heilt sich immer hoch. Ich glaube, da heilt sich irgendwann nicht mehr hoch. Ja, da heilt sich irgendwann nicht mehr hoch. Ich bin auch wieder tot. Also, wir müssen uns irgendwie was bauen. Unterschlupf oder so und den dann da... Wieso seid ihr so schnell da gewesen? Ich verstehe das nicht. Jetzt laufe ich mal links rum. Das ist auch falsch. Wie seid ihr so schnell da? Das verstehe ich nicht. Was meinst du mit so schnell? Ihr wart doch eben so schnell bei dem Wisser wieder. Du spawne ich komischerweise immer da, wo... Im Bett spawne ich. Ja, dann muss ich mein Bett mal hier auf den Strand aufbauen. Das ist mal gleich in der Nähe. Wir sollten uns da irgendwas bauen, wo wir uns verstecken können. Es wird ja auch Nacht. Also pass auf, wenn du aus der Tür gehst und aus dem Türchen, wenn du die Treppe hoch bist, dann musst du einfach nur geradeaus und dann ein bisschen links. Okay. Und außerdem ist jemand wieder unten im Dings, oder? Ich nicht. Scheiße. Ich laufe jetzt hinten zum Wisser hin, von der anderen Seite. Und hier stelle ich gleich mein Bett auf. Aber erstmal muss ich was essen. Das war ja blöde Aktion. Ich bin doch nur im Nahkampf und hab ne total beschissene Waffe, die überhaupt keinen Schaden macht. Rückstoß 1, das schafft natürlich nichts. Du hast so einen tollen Bogen. Weil der immer auf mich zufliegt. Der blöde Wissermann. Ich schlaf jetzt. Schlaft ihr auch? Nein, ich bin nicht. Ja, ich kann nicht. Ich versuch's. Ich weiß nicht, ob ich das kann hier. Ja, dann sagt Bescheid, wenn. Ich hab keine Lust hier jetzt im Bett zu liegen. Ja, ist klar, ich hab versucht gerade. Ich lieg im Bett. Ich kann nicht schlafen. Blödes Scheiße hier. Du kannst doch nicht schlafen. Ach, ich kann nicht schlafen. Ich musste mal was machen. Entschuldigung, weil da Monster sind. Ich muss nach Hause. Geht nicht anders. Ja, geh doch nach Hause. Ja, ich wollte auch am Strand schlafen. So. Jetzt ist mein Bett da. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Warst du schon wieder tot? Nein. Auf was bin ich denn hier? Geh lieber an den Strand, wo du nicht so weit weg bist. Vielleicht der Bogenschütze inzwischen. Mann, ich will nicht sterben hier. Von diesen dummen Skeletten. Welchen Strand bist du denn? Ja, ich hab mich verirrt, weil ich ausweichen musste. Weil ich fast tot bin. Und wenn ich ausweichen muss, weil ich fast tot bin... Dann musst du ausweichen, weil du fast tot bist. Fluch, ja genau. Möchtest du lieber ein Schwert haben, ein gutes, dann gibst du mir den Bogen. Und tauschen wir. Triffst du den denn? So, jetzt schlafe ich. Benutzt du denn den Bogen? Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Und deswegen kommt ihr immer zu mir. Ihr seid ja schon tot. Ja, dann gib mir mal das... Ich schlafe hier trotzdem jetzt. Am Strand. Schlaft jetzt mal bitte. Dann machen wir das so mit dem Bogen. Und dann kriegst du den Bogen. Und ich habe ja eine gute Nahkampfrüstung. Ich überlebe ja viel länger. Aber ich brauche halt ein super Schwert dafür. Das Bett lasse ich hier stehen. So. Ich bin gleich da. Ich musste hier nach Hause. Ihr liegt da am Strand liegen ganz für Erfahrungspupel. Und ich bringe euch zu Essen mit. Zum Hochheilen. Oh Mann. Und... Also echt. Das ist so ätzend hier. Was denn? Was machst du denn da? Das sind Krieger und Hexen und sowas vor unserer Haus. Ja, warum läufst du denn durch den Wald? Ich... Vor unserer Haustür. Hallo. Ich muss halt vor der Tür erstmal rauskommen. So. Ich habe gesagt vor unserer Haustür. Achtung. Und tschüss. So. Lalalalala. Lalalalala. Hier sind Katze. Ich treffe die alle nicht. Weil ich irgendwie... Weiß ich nicht. Dieses Schwert hat überhaupt keine Reichweite. Wo seid ihr jetzt? Ich bin immer noch in der Nähe vom Wither. Und haue ganz viel Schleime. Ganz viel Auswurf. Hier ist der Wither. Die spinnen weg. Also ich bin bei dem Schiff jetzt. Damit wir nachts nicht überrascht werden. So. Guckt mal. Ich habe da im Wasser was gebaut. Ich weiß nicht. Da können wir den prima hinlocken. Wo seid ihr denn? Ich bin beim Schiff. Hinlocken? Ja, reinlocken. Da können wir im Wasser stehen und auf ihn schießen. Geh doch mal rein. Das ist mein Bett. Nicht wegkloppen. Ja. Ne? Ah. Okay. Und in der Hoffnung, dass er dann... In der Hoffnung, dass er kommt. Ich geh mal gucken, wo der Typ ist. Der ist wieder unten drin. Der ist wieder unten drin. Ist ja blöd. Da hinten das Gebäude oder wie? Ja. Aha. Hier. Hier. Hier hast du den Bogen mal. Komm mal her. Na gut. Dann kriegst du mein Schwert. Ja. Gib mir aber dein Schwert dabei. Der Bogen liegt da. Wo liegt der Bogen? Da. Gibst du mir dein Schwert? Ja. Ja. Dann brauche ich aber deine Pfeile. Zumindest bis auf einen. Sonst nutzt mir das gar nichts. Wo seid ihr? Am Strand. Da hinten. Hier. Danke. Noch mehr Pfeile. Einen habe ich noch. Äh. Ich habe noch 25 Pfeile. Wer möchte die haben? Hier. Noch mehr Pfeile. Sammle mal einen. Bluf. Hier liegen noch mehr viele. Ja, ich habe genug Pfeile. Ich denke wir haben einen Unendlichkeitsbogen. Ja, den hat Marion. Also T-A-K-E jetzt. Jetzt habe ich ihren Namen gesagt. Mist. Macht ja wohl nichts. Macht ja wohl nichts. Oh, das wollte ich nicht. Ach, ich habe noch mehr Pfeile. Ich habe wieder eingesammelt. Ist er hier unten drin? Komm mal her Schatzi. Noch mehr Pfeile. Ich brauche nicht mehr. Ich habe doch genug hier. Ja, wenn du nachher nach Pfeilen rufst, kriegst du keine mehr von mir. Nimm die mit. Hier. Ich habe auch noch Pfeile. Ich bin nicht Schatzi. Ich bin Schlufi. Ich bin Schlufi. Hier noch. Ich will nicht mehr. Ich habe jetzt 300 Pfeile oder noch mehr. Wo ist er denn? Da habe ich was bewegen sehen. Ist er wieder unten drin? Warte mal auf. Lass mal hier uns einen rückfühnen Stand bauen. Hier so eine Mauer genau. Ja, vor allem, damit das Wasser uns nicht, ups, immer wegspült. Aber Wasser ist gut. Ich glaube, Wasser hilft vorm Verdornen. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Da ist ein Zombie. Ich brauche mal eine Schaufel. Da habe ich doch eine Schaufel. Jetzt habe ich meine Pfeile verloren. Wollen wir jetzt echt den Wisser umbringen? Ich meine, den hatten wir ja fast gehabt, ne? Ja. Kann einer noch mal ein bisschen Wasser hier runter schütten? Kann ich das mal in die Lava reinfallen? Das wäre ja dann... Achso, warte. Dann mache ich das hier wieder auf. Einfach hier. Ne, ich gebe nicht auf. Was? Warte, ich hole mal einen... Ich habe keinen Wassereimer. Wieso habe ich keinen Wassereimer? Ich habe einen Wassereimer. Moment. Wo soll Wasser hin? Hier irgendwo. Äh... Braucht er noch was zu essen? Hat ja prima geklappt. War nicht so ganz, ne? So ging das nicht. Wir gehen aber auch nicht mehr. Ich höre noch nicht mehr. Ja. Ich glaube, der ist tot. Ne, der ist nicht tot. Da ist ich tot. Der hat sich in die Höhle rein verzogen. Oder ins Landesinnere rein. Ins Landesinnere vielleicht. Kann das sein? Wenn er frei ist? Weiß ich nicht. Löscht das jetzt? Wollen wir noch nicht überall. Ne, der ist wieder unten reingegangen, glaube ich. Warum macht der das? Hört sich von unten an, ne? Oder? Nein, der ist hier oben. Oh oh. Äh. Kommt ans Strand. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ich weiß nicht, was ihr da treibt. Wie ist er ärgern? Wie ist er ärgern? Wo ist er denn? Ich komm hier nicht hoch, weil ich zu doof bin. Jetzt komm ich da nicht hoch, weil da irgendeiner was hingebaut hat. Wo ist er denn? Da kommst du mal ins Innere rein. Hier, da. Mach mal den Blub da weg, das ist ja lästig hier. Ich muss was essen. Da hinten am... Ah, der wütet da einfach nur rum. Ja, wie gesagt, normalerweise sprengt der ja alles. Kommt doch mal hier in... Lockt ihr doch einfach mal... Ja, das hab ich vor. Hier zu dieser Hütte, ne? Nur der Typ hat Angst vor mir, der läuft weg. Bis er jetzt. Da. Oh, da ist ein Schnitzel. Ein Kotelett. Ich seh den nicht. Schön nur. Oh, er hat mich gebrochen. Ah, da ist er. Lockst du ihn? Ich versuch's. Ich versuch's. Ähm. Ja, aber du müsstest ihn locken. Muss ihn mal anschließen. Ist das geil so einfach? Ich glaub, das interessiert ihn nicht, ne? Ein Flügel. Ein Flügel? Da war er zumindest. Doch, ich treff den, aber dann verpisst er sich. Oh, jetzt hängt er fest. Das ist gut. Oh, wo genau? Ah, ich komm mal zu euch. Ich seh euch. Das ist ja hier rübergeflogen. Oh, das ist doch sauer. Wo ist denn die Frau mit dem Superbogen? Hier. Laufen. Toll. Schade. 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 Ja! Haben wir ihn? Ja, Min! Und ich bin nicht da. Ich war tot. Ich hab... Ich hab was getroppt. Jetzt bin ich auch tot. Mal gut, ich hab... Ich hab... Ich hab das noch alles, was wir... Wo ist denn das gewesen? Da. Ich hab einen Neter-Stern bekommen. Cool. Oh, schön. Ja, ich stand da... Ja, ich stand da... Ich war ja ganz schnell im Fluss. Aber das ist egal, ob du im Wasser stehst oder nicht. Ich hatte echt Schwein gehabt, ne? Ja. Dass das Schwert so viel Schaden machte hier. Ja. Ja. Das ist aber auch krass, das Ding. Oh. Ist das das... Wo war er denn? Nee. Nee, da ist er nicht. Also, ich bin hier gestorben. Der muss dann ungefähr auch hier irgendwo sein. Ja, ich muss da ganz um die Hinsuchung. Das hat ja nicht lange gedauert. Ich hab ihn ja schön runtergeschossen bekommen. Hier sind Pfeile, guck. Genau. Ja, hier ungefähr war das auch gewesen, ne? Ja. Ja. Ich stand nämlich richtig gut. Hier, hier ist er, glaub ich, zum Schluss gewesen. Hier ungefähr. Ich bin ein Stück weggelaufen und dann war er über uns. Hier, guck mal. Hier in diesem... In diesem Tümpel. Ja, hier bin ich auch schon gestorben. Ich wollte... Ich dachte, ich könnte mich hier noch löschen. Ja, ich weiß nicht. Das war ja echt krass. Krasser Kampf. Ja. Cool. Aber wir haben's geschafft. Aber... Yeah. Ja. Ja. Ich kann doch besser schießen als der Schlof. Ja, ich hab mich ja... Ich hab mich ja... Ich bin ja im Nahkampf. Und dann... Ja. Und zum Schluss musste ich auch mit dem Schwert draufziehen. Ich stand richtig gut. Ich stand so zwischen zwei Bäumen und konnte dann immer die untere Hälfte von ihm sehen. Ja, ja, genau. Und ich hab nur auf ihn draufgeschossen. Wo seid ihr denn jetzt? Dann kam er dann irgendwann zu mir, als er sauer wurde. An diesem Tümpel, wo wir den gelegt haben. Jetzt hab ich aber kein Batman. Ich hab auch kein Batman. Also hier drin, da war dann... Also ich hab das ja aufgesammelt, was der getroppt hat. Mhm. Mir war das auch nicht. Ich war nur dieser blöde Niederstern, was man auch immer damit tut. Ja, jetzt schnappen wir uns den Schlof. Und schmeißen ihn ins Wasser. Und schmeißen ihn ins Wasser. Bitte? Stellen ihn auf den Kopf und schütteln ihn, damit wir ihn nehmen können. Mich? Ja, ja. Ja, sicher. Zeig doch mal den Stern, bitte. Zeig doch mal. Nee. Oh, ist der schön. Was macht man damit? Ich hab keine Ahnung. Nimm ihn mal wieder mit. Nee! Hier. Ja. Macht doch nichts. Wisst ihr, was ich mach? Ich hatte irgendwo mal ne Nähtertruhe hingestellt. Lass die ruhig hier stehen. Ja. Ich geh mal nach Hause. Kommt ihr mit? Ja. Ja. Lauft mal vor. Achtung. Achtung. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Wir haben den. Juhu. Wir haben den Schädel. Ach, den hat Lila noch, ne? Ich hab den. In meiner Endertruhe, glücklicherweise. Das ist gut. Achtung. Was müssen wir auch noch machen? Was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Ja, aber erstmal muss ich ausruhen. Bei dem Kampf, das zerrt. Ja, lass uns erstmal schlafen. Eine Nacht drüber schlafen. Genau. Sind hier Zuckis. Genau. Die sind draußen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, son boy. Ach, da ist ne Truhe über mein Bett, ne? Ah. Da stoßen wir jedes Mal den Kopf. So. So, wo tu ich das denn mal rein? Da, ne? Da ist der Kopf. Da ist der Kopf. Da ist ja auch gar nichts weiter so eingepackt. Was machen wir mit dem ganzen Schleim? Ah, meine Glassteine. Ich will meine Glassteine alle haben. Was machen die denn alle denn da? So. Kommt ihr mit? Ich setze jetzt den Schädelfeierlief vorne drauf. Ne, noch nicht. Ja. Also ich nehm kein Bett mit. Ich habe auch kein Bett, man steht irgendwo rum. Wir haben aber noch Wolle. Ich nehme doch lieber dem anderen Bett mit. Ich baue mir noch ein Bett. Wo habe ich denn jetzt diese blöde Nähtertruhe hingestellt? Oh, ich habe ja noch eine in der Nähtertruhe. Geht das überhaupt? Eine Nähtertruhe in die Nähtertruhe zu legen? ist ja irgendwie... Endertruhe? Endertruhe, meine ich. Ist das nicht paradox? So, ich bin startklar wieder. Warte, dann muss ich mal noch ein Bett bauen. So, warte. So, aber jetzt. Bett. Auf geht's. Hier kann man nicht mal in Ruhe bauen. Hast du dir noch ein Bett gemacht, Schlufi? Ja, dann baue ich ihm später weiter. Was macht der mit meinem Glas? Das ist mein Glas, das habe ich selber gebacken. Ich wollte dann ein schönes Dach machen. So, geh doch mal. Okay. Oh, ich komme nicht aus der Tür. Jetzt wollen wir... Was machen wir denn jetzt? Den Schädel aufstellen. Mach den Schädel. Juhu, wir haben es geschafft. Und anschließend bauen wir aus den ganzen Gummibären... Warte mal eben. Noch nicht ein Aufsetzen. Nein. Wir brauchen eine erhöhte Plattform. Ja, okay. Stehe ich im Weg, dann musst du es sagen. Ja, dann ist das schon zwei breit. Zum Guten, meine ich. Was? Oder? Oder? Ach, ach so. Stellen uns alle drauf auf die erhöhte Plattform. Auch ich, ne? Nein. Ja, klar. Nee. Halt, das will ich doch sehen. Ja, ich bin auch noch nicht. Sag, was denn? Zeit schon wieder? Weiß ich nicht. Okay. Und was passiert, wenn Lilalai den Kopf darauf setzt, erfahren wir in der nächsten Folge. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020